Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vampire Survivors oder Survivor so ich denke tatsächlich das letzte mal haben wir ja hier mit Jujus gemacht Grant ich denke tatsächlich ich möchte einmal mit Alucard jetzt gehen dann nehme ich einmal schon mal Empty Town mit wer ist denn was war denn das jetzt da wollte ich nicht äh, egal das wollte ich jetzt nicht auswählen eigentlich alle Katz vor, weiter hoch da ist jetzt da etwas ja Web ist eigentlich schon eher das, was ich gerne so so ich fällt dem wie also was mir schonmal sehr gut gefällt der ist schon schnell ja Entschuldigung, nein Attract Up mache ich mal auch nicht dann haben wir den hier ja oh ja Krone ich würde mal jetzt da ist Bing sehr schön da ist Bing okay okay was passiert wenn ich's Leben bleibe dann füllt er sich da unten irgendwie auf was macht das denn das toll ist okay sehr faszinierend und dann nochmal rutsch wieder weiter dann nochmal rutsch wieder weiter und dann für sich würde ich gerade sagen habe ich aktuell nicht so den schlechtesten Bild von meinen Waffen her okay so okay ja g okay okay cool Oh, das ist doch sehr geil. Das freut mich direkt, wenn ich da schon mal drei bekomme. Den hier auch direkt, der schwimmt. So, einmal. Den mal auf diese 7 hoch, weg. Stufe 8, sehr gut. Oh, der kann dadurch direkt, direkt in Wolven. Das ist ja cool. Er macht allka zur Operation of the Sword to... Okay, ich möchte mal kurz schauen. Ah, das heißt, den kann ich nochmal, dann kriege ich den hier. Hm. 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 Ein bisschen belustig wäre es ja schon, da... Wenn ich mir ein Knopf auch reinpfeifen würde, das... ... 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 ja auch noch das eine ja gerade ist ein bisschen nicht so ok schon besser schon krass das hier wieder wesentlich wesentlich besser alles ich habe kurz überlegt ob ich nicht clover nehme und der turm mache ich mal um schneller anzugreifen das war einmal etwas schmerzhafter hier ist noch eine tur, die würde ich gerne mitnehmen sehr gut auch nicht so schlecht kann ich ein bisschen schneller angreifen ah ventasaco das ist auch sehr gut für mich ich komme da tatsächlich durch, das finde ich gemein das war dann das für eine aktion interessant ne da komme ich halt wirklich nicht durch da ne da ist die Kranander scharf ne 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 Oh, das ist doch sehr schön. Mhm. Und dann gehen wir noch. Ich weiß es wirklich nicht, wie ich dort rechtsboll komme. Hm. Mhm. Gehen hier. Damit ist er dann schon mal dort. Okay. Another hot. Mhm. Oh, come. Hm, für die ganze Zeit bin ich gerade nicht damit. Okay, der ist schon mal weg. Oh, tatsächlich eine Wolf damit? Ah ja, meine Wolf. Oh, wow. 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 Ja, der ganz guten Farm hier. Oh, level 5. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Von den möchte ich gleich noch welche einsomnen, weshalb ja, den kann ich nehmen. Das war's. So, ah, noch ein Exaktabteil schon. Ja, dich nur nicht. Dicht er mich gleich auf, dass ich dann definitiv evolfen kann. Sehr schön. Ja, dich nur nicht. So. 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 Oh, fuck it. Okay, der hat jetzt noch nicht evolved. Ich muss mir noch irgendwas überlegen. Womit ich. Okay. 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 Die Frage ist nämlich danach. Duration? Ha! 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 Das war's. Ich muss irgendwie mehr... Ich muss irgendwie mehr Farben bekommen, hab ich so den Eindruck. Sooo... Wenn ich hier reingehe, dann habe ich... Ich gehe direkt in Amasthias. Hm... Dann da Amasthias nicht ätzend zu holen. Scheiße. Jetzt ist natürlich blöd. Ich möchte nämlich hier eigentlich ganz gerne die Bücher machen. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt für die Bücher brauche. Ob ich dafür jetzt... Also ich weiß, für das eine Ding brauche ich Storm Mask. Ich glaube für das andere brauche ich Spell Bender. Aber ich hätte eigentlich auch keine Wings, damit ich schneller bin, aber... Ich komme äh... Scheiß auf die Pistolen. Ich gehe jetzt hier komplett... Ich beruf, dass ich hier die anderen Dinger einsammle und dann... Also... ich gehe nicht mit dem Advent... Ich mache das an die Bedeutung. Und ich mache das einfach mit dem Advent. Ich mache das ja auch schon viel cruel. Ich mache das nicht... Ich mache das nicht... Ich mache das nicht einfach Angst. Ich mache das nicht, wie es sich nicht bewegt. Ich mache das nicht vielleicht... Ich mache das nicht denen das Ding richtig zu machen. Ich mache das nicht auch ganz. Ich habe einen Maniac gesehen, ich habe auch jetzt den Fan. Das wollte ich nicht mal. Das war jetzt immer den ganzen Weg hochlatschen hin. Naja. Ich bin jetzt gar nicht so lange, sehr schön. Oh ja. Two runes Gorks. Oh ja. Two runes Gorks. Die andere hätte mir zwar wahrscheinlich mehr Farben gegeben, aber bisschen gleichmäßiger ist glaube ich gerade nicht ganz so schlecht. Alter. Geht da mal drauf, der bringt ja echt dann schon lange durch. Geht doch. die sicher gar nicht wer der trabgang ist das müssen wir nicht glaube ich der hier sein wo ich gerade immer noch dran bin alter hätte es nie lange durch das nervt mich ja schon ein bisschen dass das immer noch am leben ist ok ich überlebe das sogar wenn er in mir drin steht ich hab um jetzt knifft noch mal Tyrona's Box hier eigentlich hätte ich schon ganz gerne ein Ding bevor ich hier was ich wollen kann das darf ich jetzt Kraft Knife sein sehr gut da nehme ich hier mit den Tyrona ich bin dann nicht so glücklich mit gerade ich gehe damit und ich versuche noch irgendwie ein paar der anderen Bücher noch zu bekommen ich bin dann ich bin dann ich bin dann Okay. Okay. Sehr gut. Wir nehmen jetzt etwas da nochmal. Geat habe ich jetzt so weit. Den habe ich da. Mhm. Also das kann tatsächlich noch was werden, die zu... dem zu evolven. Aber danach... Ich werde potenziell problematischer werden leider. So, ich muss weiter... Oh, warte mal. Ja. 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 Ich weiß nicht, komme ich jetzt da links durch. Das weiß ich jetzt nicht. Ich probiere es mal nicht aus. Ich... 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 Ich muss noch einen Waldweg gehen. Und hier den anderen hier unten zu machen. Der lässt ja auch einen. Der lässt ja auch einen. von den Zufallern. Der hier lässt ja auch einen von den Zufallern. Ja. 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 Sehr gut. Damit sollte das Buch... Das eine da... Sehr schön! Ja. Crystals, mhm. Oh. Nice thing is, glaube ich, dass ich eine Fulturation brauche. Shit. Hm. So, dann nehme ich mal den Schurken hatte ich schon über, den nehme ich mal nicht. Hier unten war, glaube ich, der, der. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie Christoph der den Spaß immer noch aufnehmen kann. Mhm. Mhm. Wo ist denn? Wie sehen Sie, sehen Sie nicht, ist das hier gerade, oder? Hier ist ja das Ding nicht, welches ich gespawnt hatte. Na da. Hm. 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 Ich möchte einmal schauen, ob hier ... Nein, die habe ich noch nicht drin, Galefoss. Galefoss fehlt mir aber noch komplett. Das sieht auf jeden Fall nett aus. Ich möchte jetzt mal einmal kurz hier bis zum Ende laufen und schauen, ob da irgendwas passiert, wenn ich mit ihm hier am Ende bin. Ich möchte jetzt mal kurz sagen, was ich mir nicht so gut ist. Aber ich möchte hier nicht nur noch viel, wie ich hier bin. Ich möchte jetzt mal kurz sagen, was ich gerne hier bin. Ich habe da ein, was ich nicht. Ich habe da einen, den ich nicht, den ich nicht. Okay. Ich bin nicht, ich habe gerade nicht so eine bestimmte Orientierung hier muss ich sagen, aber eigentlich mache ich das nicht. Komm, die Tür möchte ich noch erreichen. Geil, ein Evolve habe ich noch. Ah, das dürfen die Pigeon sein. Naja, egal. Hallo KZ, dadurch habe ich Christopher freigeschaltet. Rock Riot. Mhm. Und dadurch habe ich den freigeschaltet. Sehr gut. Geil, kein Occasional Effekt. Might and Armor can find special pickups. Aha. Schluckra und Gabion with Grand Dynasty. Abaddon mit Summer Cruise. Okay, aber ich würde sagen, an dem Punkt beende ich jetzt erstmal diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.